Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Talk of the Week. Der Talk of the Week beschäftigt sich mit besonderen Menschen, die bis heute von sich aus etwas erreicht haben oder gerade dabei sind, etwas zu erreichen. Mein heutiger Top-Experte ist Dirk. Dirk, wer du bist, was du tust und wie deine Geschichte ist, erzählst du uns eh gleich. Aber ich möchte dich ganz herzlich zu der Talk of the Week-Familie begrüßen und mich bedanken, dass du Zeit gefunden hast. Jasko, sehr gerne. Das ist sehr, sehr cool. Ja, Dirk, erzähl uns doch erstmal ein bisschen was zu dir. Also, wer bist du, woher kommst du? Erzähl mal ein bisschen was aus deinem Leben. Ja, soll ich direkt bei der Kindheit anfangen? Nein, ich erzähl einfach nur mal so ein bisschen was. Also, ich bin Medienwissenschaftler, die Pubmedienwissenschaftler, habe mein halbes Leben beim Radio verbracht. Also, sowohl am Mikrofon als Moderator, als Radioredakteur, als Programmleiter und habe dann mich auch selbstständig gemacht. Bin in der eigenen Firma, die sich mit Radio und Podcast beschäftigt hat. Ich mache das Ganze jetzt mehr als 20 Jahre. Ich muss immer überlegen, ja, so alt bin ich geworden mittlerweile, also mehr als 20 Jahre. Ich würde mal behaupten, ich kenne mich ganz gut aus, gerade in Bezug auf Podcast, weil ich schon sehr früh damit angefangen habe, nicht nur den eigenen Podcast zu machen, sondern auch mir die Podcast-Welt genauer anzuschauen und auch zu analysieren, was dieses Medium überhaupt mit der Gesellschaft im Moment macht, was die Menschen, die einen eigenen Podcast machen können, um es für sich zu nutzen, wie sich das Ganze im Moment entwickelt. Auch natürlich mit dem Blick aufs Thema Radio. Was tut sich da gerade? Was machen die Sender durch? Was macht der Verbraucher durch? Welche Dinge mag er so? Und ich glaube, da kenne ich mich ganz gut aus und ja, habe mich da positioniert als Experte. Bin immer, also ich lasse immer die Kirche im Dorf. Also wenn ich etwas als meine Meinung äußere, dann versuche ich immer, das mit Argumenten zu unterstützen, weil ich sage nicht, meine Meinung ist die richtige, sondern meine Meinung ist im Grunde genommen nur die Meinung, die heute für mich richtig klingt nach meiner Recherche und nach meiner Analyse der Dinge. Versuche das immer mit Argumenten zu überlegen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich hier die Radio- und Podcast-Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Aber das, wie du jetzt geantwortet hast, sagte mir, dass du dich stetig weiterentwickelst. Und das ist ja schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um überhaupt Experte zu sein, finde ich. Viele entwickeln eine Sache, machen das, entwickeln sich nicht weiter und sagen, nach 20 Jahren, das ist immer noch genau das, was man braucht. Aber so wie du es schön gesagt hast, zeigt sich das. Also klar, die Ausbildung ist erstmal das eine, das habe ich auch gemacht. Ich habe ein Studium gemacht, habe mich damit beschäftigt, habe in meinem privaten Zeit während des Studiums schon für Medien gearbeitet, habe auch mal versucht beim Fernsehen zu arbeiten, das machte keinen Sinn, weil mein Gesicht wahrscheinlich nicht hübsch genug ist, aber egal. Das finde ich nicht. Dann ist halt wichtig, man kann sich natürlich Dinge aneignen und man kann die eins zu eins weitergeben. Aber ich glaube, das Allerentscheidendste ist, wenn du ein Experte sein willst, dass du versuchst, ähnlich wie auf dem Aktienmarkt. Also den Stand der Dinge kann jeder erzählen, aber die Vermutung, wie es später mal wird, das ist immer das Interessante. Und das, glaube ich, ist die Expertise und das ist, glaube ich, das, womit ich mich am häufigsten beschäftige, eben die Studien anzuschauen, mir anzuschauen, vielleicht irgendwas herauszufinden, was über die Zukunft was aussagt. Und das ist dann so im Grunde das Nonplusultra, glaube ich, um dann was Vernünftiges sagen zu können. Liebe Zuschauer, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den Dirk gerade genannt hat. Denn ich habe auch, ich spreche auch mit sehr vielen Experten und ich bin ja in der Persönlichkeitsentwicklung tätig. Und ich habe wirklich gemerkt, die Menschen, die wirklich richtig erfolgreich werden, gucken immer nach vorne und überlegen sich schon, wo könnte oder was könnte passieren. Ich habe mal einen ganz coolen Spruch gehört von einem Ex-Profispieler im Eishockey. Medien haben ihn gefragt, warum bist du so erfolgreich geworden als Eishockeyspieler? Und dann hat er gesagt, ich bin niemals dort hingegangen, wo der Puck ist, sondern ich war immer dort, wo der Puck hinkommt. Und dementsprechend wurde ich so erfolgreich. Und ich glaube, das kann man auch aufs Business beziehen, dass man schon vorausschauend denkt, wo könnte sich der Markt hin entwickeln und wie kann sich das überhaupt alles entwickeln, um weiterzukommen. Zumal sich auch im Bereich der Medien, also mittlerweile, dass die Digitalisierung auch so vollzogen hat, dass sich alles so schnell ändert. Heute ist Podcast in der Form interessant, vielleicht in einigen sind Podcasts schon in einer ganz anderen Form interessant, in die wir jetzt auch gar nicht reindenken. Und beim Radio genau das Gleiche. Also da wandelt sich immer sehr, sehr viel wie in allen anderen Branchen auch. Und da muss man fit sein, damit man dann nicht überrascht wird. Jeder Mensch hat irgendwie das Gefühl, dass gefühlt jeder derzeit einen Podcast erstellt. Viele sagen dann natürlich auch, ja, Podcast, der Markt ist ja auch schon völlig überfüllt. Da hat man doch gar keine Chance, überhaupt mal hochzukommen. Ich glaube, du bist da etwas anderer Meinung. Zähl uns doch mal, wie ist denn der Markt derzeit? Also ist es wirklich so, dass gefühlt jeder irgendwie einen Podcast erstellt? Oder gibt es da wirklich noch sehr, sehr viele Marktlücken, wo man noch richtig hochkommen kann mit dem Podcast? Ich würde das Ganze mal von einer anderen Seite versuchen zu beleuchten. Also erstens, ja, der Markt wird gespült durch Podcasts. Reihenweise, alle machen Podcasts. Wir streiten uns jetzt nicht darüber, ob die gut, schlecht, gute Qualität sind, schlechte Qualität sind. Das ist jetzt erstmal egal. Das wäre sowieso ein Urteil, dass ich mich nicht anmaße. Was Fakt ist, wenn man einen Podcast hat, muss man sich mal von sämtlichen Größenordnungen, was Follower, User, Zielgruppe angeht, lösen. Weil der Podcast an sich einfach eine sehr, sehr loyale Zielgruppe aufbauen kann, durch die Abo-Funktion und auch durch die Funktion, dass derjenige sich aktiv dafür entscheidet, den Podcast zu hören und sich aktiv für dich und deinen Podcast entscheidet und für dein Thema. So, dass wir natürlich viel, viel höhere Prozentsätze haben, wenn wir später mal was damit verkaufen wollen oder irgendetwas damit erreichen wollen, als wenn wir vielleicht irgendwo im Social Media ein Netzwerk haben, wo sehr, sehr hohe Streuverluste sind. Ähnlich auch analoge Werbemöglichkeiten. Von daher glaube ich nicht, dass die Ausrede zählen würde. Oder wenn es eine Ausrede ist, naja, ich mache jetzt mal keinen Podcast, weil da sind schon so viele unterwegs. Was das Thema angeht, wenn jetzt sehr, sehr viele mit meinem Thema schon, was ich jetzt selber auch habe, einen Podcast machen, droht es sich trotzdem, das zu tun. Weil dann muss man sich einfach unterscheiden von denjenigen. Zum einen kann man sich sehr gut unterscheiden in der Form der Qualität. Weil genau das ist etwas, was ich im Moment so als Radiojournalist, wir haben früher immer beim Radio gehört, wenn wir so nicht ganz so gute Töne geholt haben, weil wir irgendwie das Mikro nicht richtig gehalten haben oder weil daneben ein lautes Auto hergefahren ist. Dann ist man zu seinem Redaktionsleiter gegangen und der hat gesagt, das ist nicht sendbar. Das kannst du nicht bringen. Das können wir nicht nehmen. Das ist bei Podcasten leider nicht, dass es diese Qualitätskontrolle gibt. Und manche Podcasts sind halt wirklich, sind wir mal ehrlich, zumindest audiomäßig von der Audioqualität her nicht gut. Gleichzeitig gibt es halt die Möglichkeit, mal darüber nachzudenken, ob man nicht hätte manchmal einen kreativeren Ansatz finden können, um sich eben von dieser Masse zu unterscheiden. Und ich glaube, da liegt genau das Glück. Wenn man heute in diesen Podcastmarkt rein möchte, wo sich ganz, ganz viele tummeln, dann sollte man sich vier oder fünfmal überlegen, wie der Titel meines Podcasts heißt, der vielleicht mal eine Hörer überrascht oder die Qualität. Oder mal es komplett anders aufziehen, wo keiner noch drüber nachdenkt. Du als Persönlichkeitsentwickler könntest möglicherweise einfach mal, keine Ahnung, ein Interview mit jemandem machst, an den du jetzt noch gar nicht denkst. Und du wirst völlig überrascht sein, was das auf einmal für ein Interview gibt, weil du einfach mal einen ganz anderen Weg gehst. Stimmt, das könnte man wirklich machen. War das schon in der, jetzt gehen wir doch ein bisschen in die Kindheit. War es in der Kindheit schon der Fall, dass du gesagt hast, Podcast und Medien und TV, das ist meins? Oder gab es da andere Wünsche, die du vorher hattest? Ich wollte in meinem Leben, seit ich klein war, Sportjournalist werden. Ich wollte immer Fußballübertragungen machen. Ich wollte immer irgendwie im Radio oder im Fernsehen diese Übertragungen machen. Ich habe einmal im DFB-Museum in Dortmund, da konnte man in so einem Fernseher so eine Übertragung einsprechen und das hinterher hören, ob man das gut gemacht hat. Das war das einzige Mal, dass ich mit dem Mikro eine richtige Fußballübertragung gemacht habe. Aber du hast sie gemacht. Gut, aber das war jetzt echt so. Ich habe es mir angehört und ich dachte so, ja, okay, gute Wahl, dass du zum Radio gegangen bist. Nee, ich habe dann ein bisschen reingetaucht. Ich war mal eine Zeit lang auch dort, wo Fußball übertragen wird, tätig als Hospitant. Da habe ich mir das ein bisschen angeschaut und habe dann relativ schnell gesehen, boah, nee, das möchtest du doch nicht machen. Und dann ist der Weg irgendwo zum Thema Podcast gekommen, weil ich das spannend fand, überhaupt die Medienanalyse im Audiobereich zu machen und Berater zu werden und Dienstleister zu werden. Und heute am Tag kann ich sagen, das war also definitiv die richtige Entscheidung, weil es mir einfach super viel Spaß macht, so kreative Konzepte für Podcasts zu entwickeln. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte einen Podcast haben, eben zusammen mit ihm was auf die Beine zu stellen, was einfach für ihn selber toll klingt, für den Verbraucher toll klingt. Und selbst wenn das Ding voll in die Hose geht, dass es keiner hören will, aber niemand soll sagen, das klingt nicht gut. Also das klingt super. Ja, also qualitativ oder Qualität ist bei dir sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch das, was die Hörer haben möchten. Ich glaube, die wollen schon, wenn sie einen Podcast hören, dann soll das nicht irgendwie rauschen. Also die wollen schon flüssig etwas hören. Und ja, ja, doch Qualität hat schon einen sehr hohen Stellenwert, muss man einfach sagen. Die Qualität leidet oftmals darunter, dass Podcaster den Trugschluss haben, dass sie unbedingt jede Woche eine Folge machen müssen oder jeden Tag haben sie noch. Meine Vermutung ist, dass dieses Mysterium irgendwann mal entstanden ist, weil am Anfang der Podcast-Zeit hatten so Medienverlager als erstes angefangen. Die haben einen Podcast gemacht und die hatten natürlich die Redakteure, den Content und die Möglichkeit, einen täglichen Podcast zu machen. Meiner Meinung nach muss man keinen täglichen Podcast machen. Man sollte, wenn man einen Podcast auf den Markt bringt, natürlich nicht nur eine Folge launchen, sondern fünf. Aber wenn der Hörer oder der Abonnent dann alle drei, vier Wochen eine richtig coole Folge kriegt, die richtig cool klingt und ein Konzept hat, wüsste ich jetzt nicht, wer sagen würde, nee, das ist mir zu wenig, das höre ich nicht. Und man kann mit dem Content in jeglicher Form spielen. Also man muss nicht 100 Folgen haben, um 100 Mal ein Posting bei Facebook zu machen. Man kann auch einfach mal später nochmal auf eine Folge eingehen, die man schon hatte oder was posten, was die Produktion angeht, während man dabei ist oder was recherchiert. Also ich würde mich da, glaube ich, als Podcaster nicht so unter Druck setzen, unbedingt jede Woche eine Folge auf den Markt zu bringen. Ich glaube manchmal, wenn ich einen ganz, ganz tollen Experten habe, soll ich vielleicht lieber warten, bis ich mal persönlich mit ihm am Tisch sitze und einen Podcast produzieren, als dass ich ihn irgendwie über jetzt so einen Zoom-Call, wie wir ihn machen, aufgreife, wenn er möglicherweise schlechte Qualität hat. Aber ich glaube, hiermit nimmst du wirklich vielen Menschen auch den Druck gerade raus. Weil ich habe das auch bemerkt mit den Leuten, mit denen ich, also ich werde jetzt auch demnächst mit dir zusammen einen Podcast machen, erstellen in diesem Jahr. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich mit den Menschen, die schon einen Podcast erstellt haben, gesprochen habe und die immer wieder gesagt haben, ja, ich bin voll unter Druck, ich muss jetzt schon wieder nächste Woche liefern, ich habe die Gäste nicht und ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Und ich glaube, das stimmt, da hast du recht, darunter leitet wirklich die Qualität. Weil man dann irgendwann in diese Sackgasse kommt, dass man sagt, ich muss das jetzt machen, egal wie. Und dann vergisst man die Qualität. Das stimmt. Und vor allen Dingen, am Anfang hat man sich so angestrengt, die Zielgruppe einzusammeln, so ein gutes Produkt gebracht. Und hinterher, weil man gesagt hat, jetzt muss ich irgendwas bringen, bringt man nicht so gute Sachen und verliert die alle wieder. Wie schade ist das denn? Also dann doch lieber zu sagen, komm, ich nehme einen realistischen Umsetzungszeitraum, also neben meiner Arbeit, neben den Dingen, die ich sonst noch tue, habe ich die Möglichkeit, mich einmal im Monat samstags hinzusetzen und drei Folgen aufzuzeichnen. Und die bringe ich dann in dem und dem Abstand, damit ich auch in Ruhe in den Sommerurlaub fahren kann und im Sommerurlaub noch eine auf Halde habe. Zumal man ja beim Hosting auch entscheiden kann, wann man sie sendet. Man muss ja nicht sofort alles rausknallen. Man kann über das Hosting entscheiden, Folge 7 kommt an dem und dem Datum, Folge 8 kommt zwei oder drei Wochen später. Das ist ja technisch alles möglich. Bist du sofort in die Selbstständigkeit oder ins Unternehmertum gekommen nach deinem Studium oder hast du erst mal Erfahrungen irgendwo in einem Job gesammelt? Ich wollte nie angestellt sein. Ich wollte immer mein eigener Herr sein. Ich war während meiner Studienzeit einmal, ja, wenn man es so sagen will, angestellt. Da habe ich beim Aldi auf Minijobbasis die Dosen eingeräumt während meiner Studienzeit. Das habe ich auch einige Jahre gemacht. Übrigens sehr Grüße an die Kölner Aldi-Filiale. Das waren sehr nette Menschen dort. Und ich habe gelernt, dass man nicht zu viel Kölscher auf einmal trinken sollte. Und danach bin ich sofort zu Medien gegangen. Also ich habe Praktika gemacht bei Radiosendern, habe dann direkt als freier Mitarbeiter angefangen, habe dann meine Firma gegründet. Ich war im Grunde nie angestellt und wollte das auch nicht sein. Okay. Viele haben nämlich Angst vor dem Schritt. Selbstständig. Ja, selbstständig zu sein, Unternehmer zu werden. Man muss der Typ dafür sein. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die sind vom Typus her nicht dafür geeignet, möglicherweise. Oder sagen wir mal so, sie müssen dann daran arbeiten, damit sie es können. Es gibt Menschen, die können es von alleine, weil sie so sind, wie sie sind. Ich glaube, es ist schon mal schlecht, wenn man so ein bisschen auf der theoretischen Basis unterwegs ist und nicht so der Machertyp. Das ist, glaube ich, nicht gut. Weil als Unternehmer musst du halt sehr, sehr viele Dinge einfach machen. Und auch wenn du jetzt noch Zweifel hast, einfach mal durchziehen, strukturiert und gucken, was daraus wird. Und selbst wenn es mal in der Bucke geht, dann machst du es halt beim nächsten Mal nochmal und versuchst irgendwie was hinzukriegen. Jeder von uns ist als Unternehmer schon mal ordentlich auf die Schnute gefallen, ist dann wieder aufgestanden und hat weitergemacht, in welcher Form auch immer, ob es ein richtig krasser Fall war oder nur ein kleiner. Aber ich glaube, vom Typ her, wenn man wirklich so ein bisschen Macher ist, wenn man kreativ ist, wenn man trotzdem auch ein kleines bisschen strukturiert und organisiert ist, kann nicht viel schief gehen. Das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Und ich glaube, dieses auf die Schnute fallen gehört halt dazu, weil man einfach dadurch auch Erfahrungen sammelt. Ich wollte jetzt nicht Schnauze in deinem Podcast sagen, deswegen habe ich Schnute gesagt. Das habe ich schon mitbekommen. Ich habe es einfach mal übernommen. Aber viele haben Angst vor Fehlern. Und ich sage ja auch immer den Leuten, Leute, erstens gibt es keinen, der keine Fehler macht. Und zweitens, sei doch froh und glücklich, wenn du mal Fehler machst, weil dann weißt du, wie du es das nächste Mal nicht machst. Und man sagt ja meistens auch so, dass man, also die erste Firma, die man gründet, ist eh, ich sage mal, just for fun. Weil das wird vielleicht nicht genau klappen. Und dann hat man sozusagen einfach mal ein bisschen Spielraum, um da zu gucken, wie es überhaupt abläuft, um dann in der nächsten Firma das gut zu machen. Und deswegen, wenn man das alles nicht so ganz ernst und verbissen sieht, sich vorher darauf vorbereitet, ich glaube, dann ist es eigentlich für die Menschen genau das Richtige. Aber gut, es gibt auch Menschen, die einfach Arbeitnehmer sein möchten. Und das ist ja auch gut. Wenn es nicht gäbe, hätten wir ja auch ein Problem. Genau, das ist es. Von daher, jeder Beruf hat ja irgendwie seine Werte. Und ob man nur Taxifahrer ist, Reinigungskraft oder im Chefsessel irgendwo ganz oben in einem Hochhaus sitzt, jeder Beruf hat seine Werte, jeder hat seine Berechtigung. Und man muss so ein bisschen für sich einfach den Weg finden, welchen man da nimmt. Und das, was du angesprochen hast, finde ich übrigens auch entscheidend, Gelassenheit. Wenn man etwas verkrampft macht, verbissen macht und irgendwelche Ziele unbedingt erreichen muss, weil sie am Existenz hängen, dann wird das nichts. Also die Gelassenheit muss da sein, die Lockerheit muss da sein, weil man sonst auch keine Investitionen sich traut oder so mal zu gehen oder mal ein Risiko zu gehen. Und nur dann kommt man weiter. Ach, das klingt jetzt hier wieder nach dem Unternehmer, der die Tipps gibt. Ich bin eigentlich gar kein Unternehmer, so richtig. Wir haben mehr Radio. Na ja, komm. Dann gehen wir mal wieder in die Situation rein. Nein, Jeff oder Dirk, ich möchte Kunde von dir werden. Und ich sage, ich möchte einen richtig coolen Podcast mit dir zusammen erstellen. Was brauche ich dafür? Was benötige ich, wenn ich zu dir komme, um mit dir zusammen den Podcast zu erstellen? Ich wollte gerade sagen, wenn du es nicht selber gesagt hast, hätte ich gesagt, Tag mit mir. Nein, also im Grunde hat jeder, der einen Podcast machen will, ja sein Thema für sich schon grob klar. Und da braucht man im Grunde auch gar nicht viel mitbringen. Es geht letztendlich nur darum, dass man das, was man so erzählt, was einem wichtig ist, was man schön immer als Content bezeichnet, dass man den mal so strukturiert. Wie könnte man den denn mal in Folgen packen? Wenn man so zehn Folgen mal produziert, das, was man so am häufigsten erzählt, wo die eigene Familie schon sagt, ey, ich kann es nicht mehr hören, aber die anderen finden es interessant. Dass man so mitbringen, in zehn Folgen strukturieren zu uns kommen. Und dann entwickeln wir darauf aufbauend ein Konzept, dass es einfach kreativ wird. Also, dass es gut klingt, dass es eine kreative Herangehensweise wird, dass es zu dir persönlich passt. Wir wählen auch individuelle Musik aus, also für das Intro und das Outro, das wir für dich produzieren, was zu dir passt. Du musst dich in jeder Stelle wohlfühlen. Wir fragen total oft nach, wenn wir das jetzt machen, fühlst du dich damit wohl, weil du am Ende dich hinsetzen musst und produzieren musst. Und wenn man das dann als Gesamtkonzept durchzieht, an zum Beispiel einem Tag bei uns, dann kann man halt am Ende sagen, ja, da ist ein super Startschuss für mich gewesen. Jetzt weiß ich, wie Podcasts laufen, jetzt weiß ich, wie ich meinen eigenen produzieren muss. Und das Allerwichtigste, was immer alle unterschätzen, ist, wenn man am Anfang mal einmal für seine Podcast-Folge, die man einsprechen möchte, immer und immer wieder, eine Struktur aufbaut, die sich dann immer wieder wiederholt, ist es viel einfacher, sich hinzusetzen. Ich habe sehr oft Kunden, die sagen, ich habe das schon mal angefangen, aber wenn ich mich dann hingesetzt habe, hatte ich irgendwie nicht so richtig Lust. Das liegt einfach nur daran, dass man nicht das richtige Format hat und die richtige Struktur für seinen Podcast gewählt hat. Wenn man das nämlich hat, hat man voll Bock drauf. Das ist sehr, sehr wichtig. Genau das sind nämlich auch die Punkte, die ich jedes Mal den Leuten sage. Also es gibt bei mir immer so verschiedene Charaktere und es gibt einen Charakter, das ist einfach nur der Planer und der Visionär. Ja, der erstellt Ideen, der schreibt kein Manuskript oder sowas, sondern er sagt einfach, das ist meine Vision, das würde ich gerne haben, in die Richtung soll es ungefähr gehen. Dann gibt es den zweiten Charakter, der dann sagt, okay, ich nehme diese Vision, diese Wünsche, was auch immer auf und baue daraus erstmal ein Skript. Ich baue einen Rahmen und sage, okay, das ist sozusagen wie beim Film, das ist Storyboard. Dann gibt es den dritten Charakter und das ist das Problem, das verwechseln die meisten oder machen das zusammen. Der dritte Charakter ist für mich der, der einfach nur produziert. Er fragt sich nicht, oh, was könnte ich noch und was nicht, das hat der davor gemacht. Der produziert nichts anderes und viele Menschen verwechseln den Planer mit dem Produzenten. Und deswegen kommen die nicht in Gange, weil sie jedes Mal, was sie geplant haben, versuchen erstmal umzusetzen und dann sagen, ach, hätte ich mal das. Und das ist doch auch noch cool. Und warum das nicht? Und so kommen sie zu nichts. Die entscheidende Frage, die sich viele zumindest im Bereich Podcasts nicht stellen, ist, oder beziehungsweise worin sie sich nicht reinversetzen, wenn sie selber der Hörer ihres eigenen Podcasts wären. Wenn man da mal drüber nachdenkt und ein bisschen realistisch ist, also sagen wir mal, ich gehe jetzt in den Hörer meines Podcasts. Dann frage ich mich mal als allererstes, oder stelle ich mir als allererstes die Frage, was wird wohl hängen bleiben von dem, was ich so erzählt habe? Das ist ähnlich wie beim Kinofilm, weißt du, beim Titanic-Film, da gibt es ein paar Szenen, an die man sich merkt, als die gute Kate oben auf der Spitze steht und er ruft, bin der König der Welt. Als er runtergeht und alle im Kino geheult haben und, ich weiß es nicht, als das Schiff losfährt. Drei kleine Szenen, die wahrscheinlich eine Minute des Films ausmachen, bleiben hängen und ähnlich ist es beim Podcast. Machen wir uns da nichts vor. Also ist es doch umso wichtiger, sich darauf zu konzentrieren, das zu tun, dass man danach, dazwischen, als lockerer Typ auftritt und locker ist und man selbst ist und man einfach das erzählt, was man weiß. Und sich das weder als Planer noch alles strukturiert, noch als einfach mal drauf lossprechen und sich gar keine Gedanken darüber machen, was den Hörer so interessiert. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man da eine schöne Mischung draus ist und sich darüber Gedanken macht. Yes, genau das sehe ich genauso. Sehr, sehr cool. Was ist der Schritt dann zum Radio? Wie weit ist dieser Schritt? Wem würdest du empfehlen, ins Radio zu gehen? Ist das Radio, sage ich mal, so eine einmalige Sache oder kann man auch im Radio mehrere Sachen hintereinander, wöchentlich, täglich, wie auch immer produzieren? Man kann sehr viel. Also funktionieren tut das bei manchen, aber es ist sehr schwer. Wir müssen diese beiden Bereiche trennen. Das eine ist ein Podcast, den kann ich selber produzieren, da kann ich den Inhalt bestimmen, da kann ich meine Zielgruppe einsammeln über die Kanäle, Spotify und Co. Radio kann ich mich als klassisches PR-Instrument als Experte oder Expertin positionieren, sodass Radiosender mich gut finden und bereit sind, mich als Experten ins Programm zu holen, egal in welcher Form, aber als vorproduziertes Interview oder die dich direkt anrufen oder du live ins Studio kommst oder möglicherweise sogar ein Kunde von mir hat das geschafft, eine Serie bekommst bei einem Radiosender. Michael von Kunert hat bei RPA1 den Montivator bekriegt an einem Montag. Wir haben ihm geholfen bei der Positionierung. Er hat aber auch selber sehr viel daran gearbeitet, dass er da hingekommen ist und hat dann seine tägliche oder nicht tägliche, wöchentliche Show bekommen, dass man dann so da ist. Also ich glaube, man sollte das als klassisches Medium sehen, wo man die Reichweite der Radiosender nutzen kann, wenn man da reinkommt. Auch dafür bieten wir ja mit Radioexperten ein Produkt, das man mit uns zusammen Interviews macht und wir das dann an die Radiosender vermitteln und man so dann Radiopräsenz bekommt und gleichzeitig aber dann halt auch den Podcast-Bereich bedienen und man selber den bedienen kann. Ist in der Regel ein bisschen einfacher, weil man nicht so abhängig von den Redaktionen ist. Von der Reichweite her, ist ein Podcast von der Reichweite her weiter oder das Radio? Was würdest du sagen? Oder kann man es nicht vergleichen? Nee, also Reichweite hat Radio eine sehr hohe, hat aber sehr hohe Streuverluste, weil es ein Nebenbei-Medium ist. Wenn du Radio, jetzt im Auto hörst du Radio und konzentrierst dich eigentlich gerade auf was anderes und du hörst nur zu, wenn es dich gerade interessiert, so richtig. Also wenn da irgendein Thema kommt, deswegen ist es ein Nebenbei-Medium und da muss man dann im Grunde die Zielgruppe auf diesem Wege einsammeln, dass sehr viele Streuverluste da sind, die hunderttausende Hörer haben, vielleicht sogar manchmal ein paar Millionen und man aber nur die rausgepickt bekommt, die sich dann für einen interessieren. Und Podcast ist halt anders. Also sagen wir mal, wenn du beim Radio irgendwo bei einem Lokalsender läufst, der hat 200.000 Hörer und du hast ein Buch rausgebracht, dann kannst du über das Medium 200.000 Hörer erreichen, das Buch wird zehnmal gekauft. Wenn du beim Podcast eine schöne Anhänger schaffst, dass die Fans von dir sind und du hast zehn Abonnenten oder sagen wir mal 15, kann es trotzdem sein, dass du zehn Bücher verkaufst, wenn du das in deinem Podcast bekommst, weißt du? Und das ist der große Unterschied. Okay. Ja, das macht Sinn, stimmt. Und wie ist das, ach nee, im Fernsehbereich bist du jetzt nicht, aber vielleicht kennst du dich damit aus, wie ist jetzt das Fernsehen noch dazu? Das hat wahrscheinlich noch eine höhere Reichweite, aber noch mehr Streuung, oder? Das hängt jetzt auch da, also diversifiziert es sich gerade so ein bisschen. Es gibt ja die klassischen Sender, die wir so kennen und es gibt jetzt so On-Demand-Produkte wie Netflix, wie Amazon Prime, wie Kai. Natürlich ist es auch sehr ratsam, im Fernsehen aufzutreten, wenn man in so eine Morgensendung reinkommt beim ZDF, ARD und Co., Sat.1 RTL. Das macht schon Sinn. Ich nenne da immer ganz gerne das Beispiel auch ein Kunde von uns, beziehungsweise der auch mit uns sowohl auf der Radioseite als auch auf der Podcastseite zusammenarbeitet, ist der Rolf Schmiel. Rolf Schmiel ist ja TV-Psychologe, den der ein oder andere sicherlich kennt, hat jetzt auch einen Podcast, tritt häufiger in Morgensendungen bei ARD, ZDF, wo auch immer auf, ist oft wie bei Radiosendern, hat dann eine eigene Sat.1-Show auch. Natürlich macht Fernsehen auch Sinn. Man sollte sich ein Gesamtkonzept erstellen, weil Fernsehen ist natürlich noch schwieriger, als ins Fernsehen zu kommen. Es ist noch schwieriger, als ins Radio zu kommen, sind wir mal ehrlich. Ja, okay. Gut, und dann, wie gesagt, wenn es im Gesamtkonzept alles so ein bisschen mit drin ist, wenn man regelmäßig seine Podcasts macht, sich auch im Radio hören lässt und dann auch mal in einer Show oder in zwei Shows im Fernsehen ist, dann hat man, glaube ich, eine sehr gesunde Reichweite, um einfach auch seine Botschaft nach außen zu kreisen. Ich glaube übrigens, dass es fast noch wichtiger ist, als die Reichweite des Mediums zu nutzen, ist es, glaube ich, fast noch wichtiger, den Menschen zu erzählen, dass man da war. Okay. Also, wenn du jetzt irgendwo im Fernsehen warst, kannst du ja zum Beispiel mit einem kleinen Mitschnitt oder mit einem tollen Video, was du daraus produzierst, dass du da warst, kannst du ja über Wochen und Monate viel mehr noch erreichen, möglicherweise, als das Medium eine Reichweite hat. Ach, das ist jetzt eine Theorie, die, also, bitte nagelt mich nicht darauf fest, ich halte, das war so ein Gedanke, das ist jetzt super, aber ich lasse es mal so stehen, auch auf die Gefahr hin, dass manche sagen, was erzählt der denn für euch. Ah, ich glaube, das ist schon, ich glaube, das ist auch eine ganz gute Annahme. Aber, ja, wie gesagt, grundsätzlich ist es immer super, sich auch mal öffentlich zu zeigen, wenn man wirklich, sag ich mal, als, ja, eigentlich egal, als selbstständig unterwegs, als Unternehmer. Ich wollte gerade sagen, als Coach und Speaker, aber das ist ja völliger Schwachsinn, also, auch wenn du was anderes als Selbstständiger machst, kannst du dich ja trotzdem über die öffentlichen Medien bekannt machen. Musst du, also, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie so im B2B-Bereich bist, dass du ein Autozulieferer bist und die Klinke von der Tür machst, dann wird es schwierig, aber alles andere, was irgendwie am Consumer ist oder was irgendwo auch möglicherweise in anderen Bereichen, auch das wird übrigens immer spannender, also Unternehmen, die früher gar keine Werbung richtig machen konnten oder keine Öffentlichkeitswirksamkeit erreichen konnten, weil sie ein Produkt ja gar nicht dafür gedacht waren, können zum Beispiel Podcasts nutzen, um andere Dinge zu machen, ne? Jetzt bleiben wir mal bei dem Mann oder bei der guten Firma, die Millionen Umsätze macht, weil sie für irgendein Audi-Modell und es gibt noch ganz viele andere Modelle, BMW, Volvo, ich wollte jetzt eigentlich gar keine Werbung machen, aber wenn der Griff dafür zum Beispiel von einem Unternehmen irgendwo aus der Pampa kommt, die sitzen da und machen den Griff dafür, haben eigentlich ein super Unternehmen, schaffen es aber nicht in die Öffentlichkeit zu kommen. Gibt es die Möglichkeit, dass zum Beispiel die Auszubildenden des Unternehmens einfach mal einen Podcast machen und etwas über das Unternehmen erzählen? Die müssen das gar nicht über den Klee loben, aber meistens sind solche Unternehmen relativ toll und es lohnt sich da möglicherweise zu arbeiten und die suchen Leute, die Fachkräfte oder Auszubildenden, die gut sind. Könnte man möglicherweise mit einem Podcast Werbung für sein eigenes Unternehmen machen und über Stellenanzeigen oder über andere Dinge Öffentlichkeitswirksamkeit machen, wo es da nicht ums Produkt geht, sondern einfach ums im öffentliche Firma. Stimmt. Das ist auch gar nicht so schlecht. Das ist das, was ich am Anfang meinte, dass Podcast möglicherweise in ganz vielen anderen Varianten noch in nächster Zeit auftauchen. Also ich merke, ich rede gerade wirklich mit einem Experten. Das sind sehr, sehr coole Ansätze, liebe Zuschauer. Hier habt ihr den Experten. Nochmal eine Frage und zwar, jetzt möchte man zu dir. Wie sieht so ein Tag bei dir dann aus, wenn man dich bucht? Also man kommt wahrscheinlich zu dir. Du hast ein Studio? Genau. Also wir sind ja einmal in NRW in der Nähe von Dortmund mit einer großen Redaktion. Wir haben auch ein Studio. Wir haben so einen Podcastraum, wo wir die Beratung durchführen. Wir haben in Berlin auch noch eine Redaktion, wo man hinkommen kann, sich beraten lassen kann. Und das Ganze läuft eigentlich immer gleich ab. Wir haben so einen Starttag. Also das nennen wir First Step, wo wir an einem Tag im Grunde alle Weichen stellen, dass wir danach alle Aufgaben ohne den Experten lösen können und ihm praktisch dann danach eine fertige Podcast-Folge, Pilotfolge mit Konzept, mit Coverbild, mit Intro und Outro liefern können. Und dafür brauchen wir eben diesen Tag, um alles zu besprechen. Wie soll die Beschreibung klingen des Podcasts? Wie soll der Titel klingen? Welche Musik wählen wir aus? Was soll der Sprecher sagen? Wie soll das Coverbild aussehen? Wie sollen wir hosten? Was hast du mit dem Podcast vor? Was könnte man später mit dem Podcast machen? All diese Fragen werden an einem Tag abgehandelt. Das ist jetzt das First Step-Paket. Wir haben auch noch eine größere Betreuung mit einem Platin-Paket, wo man noch länger mit uns zusammenarbeitet. Gleichermaßen kann man nach dem Tag auch uns in Auftrag geben, dass wir die ganze Produktion übernehmen sollen von dem, was man eingesprochen hat und das Hosting. Man sagt, ich habe einen eigenen Podcast, habe aber keine Lust mehr, es selber zu schneiden. Und gleichermaßen kann man bei uns auch neue Schulungen machen, auch Online-Schulungen, die in Zukunft über die sogenannte Podiversity laufen. Ein Name, der mir auf dem Klo eingefallen ist. Ich finde ihn aber trotzdem richtig gut. Podiversity, nicht schlecht. Ja, ja, ja. Sticky. Ja, so. Und das wird es auch geben. Also wir haben einiges vor und ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt. Auch weil bei uns arbeiten nur Leute, die wissen, wie Audio geht. Nur ausgebildete Radioleute oder Medienwissenschaftler sind an solchen Produktionen beteiligt. Und das ist uns auch wichtig. Also Experten um den Experten herum. Sehr cool. Sehr cool. Wir verlinken das alles unten, liebe Zuschauer. Du gibst mir sozusagen die ganzen Links und dann packen wir es hier unten rein. Und also ich kann nicht mehr sagen, als wenn ihr einen Experten-Podcast haben wollt oder ins Radio möchtet. Hier ist euer Experte. Geht unten auf die Links und meldet euch direkt bei Dirk. Muss ich auch so da unten zeigen oder sind die unten bei dir? Die sind wahrscheinlich unten, ja. Oder, nee, oben nicht. Oben könnt ihr abonnieren, unten könnt ihr ihnen folgen. Lieber Dirk, zum Abschluss nochmal eine Frage. Und zwar, die frage ich jeden von meinen Experten, die bei mir im Talk sind. Was sind deine drei Erfolgstipps, die du den Menschen jetzt mitgeben könntest, die dich im Leben begleitet haben, dass du zu dem geworden bist, der du jetzt bist? Oder welche Skills oder was hast du so benötigt? Übrigens mal Kompliment für diesen Aspekt, dass man am Ende immer die drei Fragen stellt. Das ist übrigens Konzept haben. Also, dass man am Ende, dass die Hörer oder die Zuschauer wissen, am Ende kommen die coolen drei Fragen. Das will ich wissen. Ich glaube, erstens Fleiß. Also, wer fleißig ist, wer Gas gibt, wer sich nicht scheut, am Anfang auch mal ein bisschen über die Grenzen hinaus zu gehen, der erntet später und kann es dann ein bisschen gelassener angehen. Ich glaube, das Erste, was man machen muss, um Erfolg zu haben, ist fleißig sein. Das Zweite, was man, glaube ich, sein soll, das klingt jetzt total abgedroschen, ist aber tatsächlich so, Authentizität. Also, man soll sich nicht verstellen und am besten, ich bin ganz ehrlich, man soll locker sein. Also, ich habe mal das Glück gehabt, dass ich mal mit dem Kontinentalchef in ein Abendessen reingerutscht bin, in ein Fünf-Sterne-Hotel, wo es so Chili-Fäden auf dem Essen gab und ich die Chili-Fäden gegessen habe und gedacht habe, mein Gott, ich muss die ganze Zeit husten, das kann alles nicht wahr sein und am Ende hat das Kontinentalchef bei mir bedankt, dass ich der Einzige war, der auch mal einen Witz gemacht hat und mal ein bisschen locker war, weil alle anderen total steif waren, weil man denkt, man müsste zu so einem CEO irgendwie besonders mit Manieren glänzen und bloß nicht irgendwie was sagen, was den verärgern könnte oder zum Nachdenken bringen könnte. Ja, also lieber mal ein bisschen locker bleiben, man selbst sein und auch mal einen lockeren Spruch riskieren, der daneben geht. Ich glaube, das ist auf Dauer gut. Also zweitens Authentizität und mal humorvoll und Gelassenheit und drittens, da muss ich mal kurz überlegen, was ist drittens? Ich glaube, sich nicht verzetteln. Also man macht ja meistens, fängt man mit einer Sache an und dann baut man noch andere Produkte oder andere Dinge auf und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass das ein Konzept bleibt, was nicht durchbrochen wird und wenn es durchbrochen wird, machen wir lieber eine zweite Firma auf, anstatt da irgendwie was zu modeln, was irgendwie gar nicht zusammenpasst und oftmals sind ja Unternehmer dann relativ schnell irgendwie kreativ unterwegs, dass sie Ideen ohne Ende haben. Man muss einem im Kopf eine Ablage Müll entwickeln oder eine Ablage Warten entwickeln, wo man das hinschiebt und dann wirklich auch nicht weiter darüber nachdenkt und erstmal die Sachen macht, auf die man sich konzentrieren sollte. Ich glaube, das ist so der dritte Punkt, also sich nicht verzetteln, sondern den Weg gehen, den man hat und mit den Dingen, die auch Sinn machen. Und der letzte Punkt ist so entscheidend und den habe ich selber am eigenen Leib erfahren. Ich habe am Anfang, wo ich das Business aufgebaut habe, ich habe mich für alles interessiert und jede Idee, die ich aufgenommen habe, wollte ich umsetzen. Und weißt du, wohin ich gekommen bin? Nirgends wohin. Und da habe ich irgendwann gesagt, sag mal, das kann doch nicht sein, ich habe so viele Ideen, ich bin so fleißig, aber ich kriege nichts gebacken. Und der andere macht eine Idee und kriegt das sofort hin. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht liegt es da dann. Er macht die eine Idee, aber kontinuierlich bis zum Ende. Und so hat sich das bei mir entwickelt und deswegen mache ich immer jedes Jahr, vielleicht auch für euch, liebe Zuschauer, ein kleiner Tipp, den ich aber auch oft bei Instagram sage. Ich mache mir pro Jahr, ich sage mal, drei große Projekte und das war es. Alles andere, was anfällt. Ich habe ein Ideenbuch, da schreibe ich alles rein und spätestens im Dezember gucke ich mir das an und sage, ach, die drei Punkte mache ich dann als nächstes. Und seitdem ich das mache, läuft alles. Ganz gelassen, viel Fleiß, also am Anfang ja, aber dann ganz gelassen und es läuft. Als Unternehmer muss man solche Erfahrungen machen, um sich weiterzuentwickeln. Das ist halt um. Ich bin auch froh, dass ich die Erfahrungen gemacht habe, weil dann kann ich das auch so coachen. Lieber Dirk, wir sind leider schon beim Ende. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, vor allen Dingen für deine Zeit, weil das ist das Kostbarste, was wir haben. Danke, dass du mir die Zeit geschenkt hast. Liebe Zuschauer, ich hoffe, dass ihr hier wirklich einen richtig guten Experten gesehen habt und meldet euch bei ihm, wenn ihr einen Experten-Podcast haben möchtet. Und dir, lieber Dirk, wünsche ich alles, alles Gute weiterhin. Wir bleiben sowieso in Kontakt. Sehr gerne. Ich gebe immer meinen Talkgästen einfach am Ende nochmal den Raum, weil ich finde, das sollte so sein. Ihr habt das letzte Wort. Wenn du noch etwas sagen möchtest zum Talk, jemanden grüßen möchtest, wie auch immer, jetzt hast du nochmal die Chance. Und dann... Ich grüße meine Oma. Nein, also die Gruppe grüße ich natürlich auch an dieser Stelle. Mal sehen, ob sie das guckt. Aber ich glaube, das, was ich zum Schluss einfach noch sagen möchte, selbst, wenn ihr nicht das mit mir macht oder mit unserer Firma macht oder mit den Leuten, die wir da haben, wenn ihr an das Thema Podcast rangeht, macht es gerne auch alleine, aber wirklich darauf achten, dass es einfach sendbar ist, dass es cool ist und dass man sich da zur Not auch an anderer Stelle mit anderen Firmen, die es so gibt, Hilfe beiholt, weil man einfach sonst den Spaß verliert. Fangt nicht einen Podcast einfach mal so an, macht es irgendwie, ihr macht es eine Zeit lang, habt dann keine Lust mehr und das wäre einfach zu schade. Holt euch einen dabei, selbst wenn wir es nicht sind oder ich es nicht bin, würde mich das freuen, wenn ihr den Podcast oder das Medium Podcast für euch entdecken würdet. Megageile Worte. Mir bleibt nur noch zu sagen, liebe Leute, schaut euch den Talk an, macht es, wie ich es euch immer wieder sage, schreibt euch ein, zwei Sachen raus, setzt die direkt um und dann werdet ihr den Volk von alleine sehen. Folgt diesen lieben Herrn, folgt diesem Talk und nächste Woche oder übernächste Woche sehen wir uns zu einem neuen Talk. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute, viel Erfolg im Leben. Bye, bye. Macht's gut. Hi, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Talk of the Week zu schauen und dich persönlich weiterzuentwickeln. Ich habe jedoch drei Bitten an. Die erste Bitte ist, schreibe dir zwei bis drei Learnings auf, die du aus diesem Video entnehmen konntest und die du direkt jetzt in deinem Leben implementieren wirst. Denn nur durch die Umsetzung entwickelst du dich weiter. Die zweite Bitte ist, kommentiere dieses Video und schreibe in die Kommentare, was dir am besten gefallen hat. Die dritte und letzte Bitte ist etwas für mich Persönliches. Abonniere bitte diesen Kanal, um damit immer up to date zu sein, wenn neue Videos rauskommen, um deiner persönlichen Weiterentwicklung keine Steine mehr entlegen zu nehmen. Ich freue mich, wenn du das nächste Video dir auch anschaust und ich freue mich auch, mit dir in Kommunikation zu treten. Ich wünsche dir alles Gute bei deiner weiteren Entwicklung. Dein Jasko Ich wünsche dir alles Gute